Wir gehen davon aus, dass Lilia, Lee Sin, Jarvan und Nidalee auf der Agenda stehen. Nochmal? Nidalee, Lee Sin, Jarvan? Ja, und Lilia. Er hat vermehrt Lilia gespielt in Solo-Q. Ja. Sehr erfolgreich. Nicht spannend. Also, ich schaue es mir kurz an, aber... Es ist an sich kein Inter-Channel eigentlich gerade. Rein da, sag ich immer. Können einfach nochmal Olaf-Level 1 sein werden, oder? Aber ich habe darüber nachgedacht. Ich denke, wenn ich nicht unsere Jungle-Scouten einfach mitgehe, 3 gegen 3 gewinnen wir da einfach. Ist ja egal. Wir hätten auch fast gewonnen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir hätten auch so gewonnen. Aber irgendwie sind wir gerannt, statt zu verhalten. Aber naja, egal. Ja, nur der, nur mir. Ähm. Lee? Mhm. Ich meine, wir können Lilia wannen. Ehrlich gesagt. Dann würdest du Javan first picken, oder? Aber Javan first picken ist halt absoluter Int. Wir spielen also Six, ne? So broken. Die beide. Vielleicht kann sie Javan. Was haltet ihr davon, wenn wir, also jetzt ernsthafter Vorschlag, ich will jetzt nicht dafür beleidigt werden, wenn wir den die Jumi wegpicken? Oh, du bist so dumm, Kani. Bist du dumm, ey. Alter, wie kann man so dumm sein? Alter, wie kann man nur so eine blöde? Ich bin zu nett zu euch. Der Typ ist halt ein Jumi OTP momentan. Wir können Lilia wegmachen, I don't know. Aber ich glaube, der wird wahrscheinlich dann einfach Javan picken, oder nicht? Ja, ich meinte nicht als First Pick, ich meinte generell. Ja, aber dann lass doch selbst Javan picken. So P mit Jumi und scheinbar wollen die das haben. Das ist nicht gut gegen Kenneth. Okay. Aber wenn wir so Six Jumi haben, ist ein No. Oh, okay. Ezra, ne? First Pick. Nein, nein, nein. Jumi first pick, oder ne? Jumi first pick sounds terrible. Dann brauchen wir einen Ezreal. Nehmen wir vielleicht den Ezreal? Ja. Aber wir können doch einfach Javan nehmen. Nein, wenn er so wichtig ist. Ich kann das schon spielen. Wieso nehmen wir nicht den Ezreal? Ja, lass uns beginnen. Ja, gib mir Ezreal. Wir sind auf einer 3-Game-Losing-Streak. Wir müssen alle Register ziehen heute. Hä? Aber Brücki, ich bin da für dich, ja? Lulu gibt es noch. Wir spielen Lulu, Jumi, und wir buffen alle Brücki. Oh Gott. Ja. In 2-4-Game-Losing-Streak. Oh no. Also wir können Jumi gehen, for sure. Aber wenn die Nami-Lusion gehen, seid ihr nicht komplett Giga- Nein, nein. Haben wir schon gespielt im Woocam. Tatsächlich? Wir genau gehen die gleichen Leute. Okay, okay. Die Frage ist, welchen Jungler spiele ich. Ja, wenn Firmand dived. Aber wenn... Die Frage ist, Welchen Jungler ich spiele. Können wir AP gehen noch? Eigentlich... Ja, Crapple spielt AP mit. Es geht schon, oder? Ja, da geht es schon noch. Ja, 2 Bs kann man... Aber wir können nicht AP Mitte und AP Jungle spielen. Warum nicht? Weil wir auch schon viel AP haben. Jumi S will auch schon große AP-Anteile. Dann gib mir Cain. Oh ja, oh ja, Daddy. Ja, ja, ja. Ich meine... Ich bin beide fein. Evelyn und Cain sind beide fein. Das ist nicht so schlimm mit Double AP. Ich bin für Cain. Ich bin für Cain. Can you rest? Ich fände jetzt Double AP auch nicht so schlimm. Aber... Okay, ey, wenn ihr... Nein, dann geh, wenn du Cain fühlst. Nee, mach Cain, komm. Nein, da, mein Mann. Ich fände Cain cool. Ich fände Cain auch. Jetzt haben wir Midlay bis in Scaling-Ingel. Ich habe jetzt seit einem Jahr nicht gespielt. Let's go. Gleich Excuses von Agorin. Aber das ist nur Frankfurt. So, das ist komplett irrelevant. Hallo, Cain? Wem sind an? Ich sag's nicht mal... Ja, das ist komisch jetzt. Hallo. Hoff ich. Ah, da ist ein bisschen nervös. Ja, ja. Bann den Nivea. Komm, Leute. Okay, wir müssen mal kurz einiges Profil aufmachen. Und die Ruhen checken. Ja, gib mir mal ein paar Bands so. Akschan können wir Banner? Wenn du Bock hast. Muss nicht, aber... Nee, wir haben schon zu viele AD. Bann nicht Akschan. Bann mal Gwen oder einen AP-Mitländer, den gegen Crap und ich haben will. Na, noch Klover spielt einen Tipp. Bann mal Gwen dann jetzt und dann check ich den OPG wieder. Gwen hat einen Bart bekommen. Wenn er so TF spielt oder Ryze oder sowas. TF-Bann? TF-Bann wird nicht gut. Genau, der hat TF nämlich gespielt, meine ich. Ja, dann Bann TF, damit er nicht Botlane zu leicht halten durften. Ja, ja, seine Aufwärm-Game acht Stunden vorhin war TF, ja. Ja, und dann können wir noch Ryze auch noch rausnehmen, vielleicht? Aber Ryze hat Schwierigkeiten gegen mich. Wir haben keinen Bann mehr, Leute. No, no? Achso, du bist meinst so. Na, warte, ihr habt recht, ja. Was spielt denn noch? ADCs. Wir sollten schon in AOE, wir können auch Orihan oder sowas. Mach schon AP weg, ja, ja. Mach schon AP weg, dann. Also Ryze. Ryze oder Orihan oder sowas. Ich bin für Ryze. Ja, Ryze ist okay, Ryze ist fein. Ja. So, Porn, Klick, CC. Yep, guck. Also für Jarven. So, warte, der Top-Liner-Tent-Pick nämlich an. Was picken wir hier? Also ich könnte einen Top-Liner-AP picken oder so Tanky, ne? Wenn du Tanky-Top-Liner-Top-Liner-AP willst, dann gehst du in Mordekaiser. Aber ja, Orihan. Ja, sowas. Aber ich hier Lulu, ja, auf jeden Fall. Aber kannst du es bleiben? Weiß ich nicht. Aber Lulu und Orihan ist terrible. Ja, aber dann... Ich würde auch nicht... Nein, nein, nein. Ich meine, also kannst du irgendwas anderes spielen? Weil wir sollten nicht zwei Supporter nehmen. Zwei Eagles. Okay. Armin, ich habe noch Mord. Gibt es noch? Ich spiele Loks, ja. Möchtest du Poppy spielen? Poppy? Mitte? Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Wir hätten einfach gar nicht Kane picken sollen. Wir hätten an ihn picken sollen. Warte, jetzt Fokus, aber Klopp. Pick einfach, wo du sicher fühlst. Was willst du haben? Sag mir einfach, irgendeinen Pick. Geh Loks an, Lulu. Fühl dich, fühl dich. Wenn es so lange dauert. Lux, aber ja. Legend war besser als Lulu, glaube ich. Aber ich habe jedes Mal, ich habe das ganze Draft gesagt, ich spiele Lulu. Und jetzt habe ich keine Lulu. Ja, dann habe ich auch nichts mehr. Ja, weil wir schon Yuumi haben. Das ist das Problem. Ja, aber bleiben wir jetzt Toplan. Ist jetzt ja auch egal, Leute. Wir können hier einen schönen Mordekaiser-Engel machen. Go. Whatever. Ich holte Jarvan, haben die weniger engaged. Du kannst auch Eddie picken, ne? Wir brauchen kein Eddie. Nein, wir gehen jetzt hier Mordekaiser und fertig. Ich will halt Assassin, Kane. Ich glaube, das ist schon fein. Ein bisschen sicherer Toplaner, Weakside-Engel. Unser Team sieht so wild aus. Nein, es ist in Ordnung. Ja, aber sind da eine Minute für die Game start, sind wir da auf, 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 aufs Anfang. Dann machen wir eine Start. Brücke, was soll ich sagen, dass wir jetzt spielen werden? Ich spiele Exhaust. Was, du spielst Exhaust? Ja. Dann gehe ich hier den Gnade. Ja. Der im Komp sieht schon gut aus. Wir haben ihn besser als unsere, ja. Aber dafür sehen wir besser aus. Ist ja Jubi. Wir haben halt einen Immobilien-Mitländer, der wird auf jeden Fall gekämpft werden. Ja, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht... Aber der Ds, wo du Ds, ich habe Toplan gekämpft. Wie ich sein könnte. Ich glaube, du kommst klar, oder? Hä? Du kommst klar. Oder ich, ich, also okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich fahre Bots, also ich fahre, ich fahre into Bots-Side und danach sterbe ich für Stacks. Schön. Und irgendwann klappt es wieder, weil ich dann eine Form habe. Ja. Oh Gott. Willst du wirklich Assassin gehen, dann ist das trotzdem besser. Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Die ist safe. Aber Assassin auch, wenn ich die Laserhub und wir timeen das so ein bisschen, dann spielbar. So, let's go. Ey, Leute, wir haben die Solo-Kedraft, wir haben die Teamfight-Draft. Wenn wir irgendwie für Drakes agieren können, ist das The Dream. Aber wenn irgendwo jemand stirbt gegen Krempo-Labs in 2021, dann ist das Game auch Mentored gewonnen. Das ist fucking true, ja. Nicht vergessen, Prime League-Touchout auszumachen. Mhm. Ist, glaube ich. Aber jetzt können wir kurz was, ich muss mir Wasser holen. Natürlich, natürlich. Ich finde das so gut, dass wir auch so vorbereitet sind. Ja, das ist natürlich. Ich finde es cool, dass wir jede verfickte Woche in Lucian Army reinrennen. Mhm. Ich habe noch nie nicht geblindpickt, aber hörst du mich, dass ich mich beklagen würde, oder? Ja, manchmal. Ja, doch. Okay, okay. Ich merke vor allem auch jeden Spieltag, dass alle anderen ADCs viel besser sind als ich. Das ist echt stressig. Ja, das Gefühl kenne ich, aber das ist okay, Wir sehen besser aus. Das Thema hatten wir schon. Wir haben andere Vorteile. Leute, wir haben das. Wir müssen jetzt einfach mal ruhig bleiben und wir haben später kein Yumi. Wenn wir nur einen einzigen Drake bekommen, sind wir happy. Rookie ist die neue Diesel, aber more handsome in lane. Der Lucian spielt die Gneid, ne? Wait! Habe ich mitbekommen, ja. Crapo, darf ich den Tweet haben? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Aber das macht so rum ja keinen Sinn, ne? Weil ich ja... Das ist die Witz dann auch, dass das keinen Sinn macht. Aber da ist Ingem hat ein Poster-PC, deswegen müssen wir nicht ja pausieren. Ja. Hey, okay, sorry. Nicht jeder hat so... Okay, ja. Alien war jetzt von uns zu Darko in den Tweet. Ja. Okay, Darko. Das könnte übrigens zu Intel-Abbrüchen kommen. Ich brauche mich da schon mal vor, aber ich gehe nicht, glaube ich. Wieso das denn? Das brauche ich nicht, ne? Ich schaffe schon mal Pause und copy-paste das. Alter, wie cool ist mein Skin aus? Ähm, was machen wir Level 1? Was machen wir Level 1? Was machen wir Level 1? Gar nichts. Das ist aber nicht. Lass bitte nicht. Nicht, nicht, nicht. Bitte irgendwie. Einfach nicht. Ich wollte hier eine Wart. Habe ich keine Gegend-Aber-Zweigank oder so. Also ich könnte ja nicht drüber. Wir könnten... Ja, das machen wir ein guter Enkel. Soll ich auch kommen? Nein, nein, nein. Schade. Actually, du solltest für Potions fischen. Äh, also für Dings fischen. Für Gold fischen. Komm mit, komm mit. Ja, da muss mir jemand helfen, weil ich scherbe sonst fast. Really fast. Komm mit, komm mit zu mir. Warte, Frau. Oh, fuck, da unten war die Nami. Da, da drin. Ja. Oh, get wrecked. Du bist der Beste. Keine Ahnung. Ich werde wieder auf dich kommen später. Ähm. Ähm. Ich werde mich auf... Halt dein Maus. Oh, Gott. Das war nicht mal... Also nicht mal so gemeint. Ja, macht was ihr wollt, dann wirst du mich raus. Ja, bitte. Ich werde damit auch nichts zu tun haben. Meine Güte. The water? Habt ihr über das Spiel gemacht? Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht gerade. Es gibt so... Es gibt so Flüster-Nachrichten auf TeamSpeak. Oh. Man kann so den Button drücken, dann höre nur ich das. What? Okay, I gotta bite this real fast. Ich kann den ersten tanken. Das macht ja einen G. Oh ja? Wir auch nicht. Also... Ja, wir haben das. Oh ja. Fühlt dich ab so an. Looks like he's leaving top. Roger that. Ja. Oh, er macht schnell-passing Bottleneck. Ja. Oder du denkst einfach 2-Gang gehabt, meine Wall-Gang gesehen. Ich glaube nicht. Könnten die bei uns invaden, what's that? Ich versuchte Puschen. Also wir haben keine Probleme. Ich bin gegen Lucianami. Mach mir in 15 Minuten nochmal. Well. Wenn du einen einzigen Drake kriegen, ist das schon super gut. Irgendwann, irgendwo. Wenn ich nicht sterbe, ist das auch gut. Aber wenn du invaden, dann würde ich jetzt so überlebt, ja? Ich meine, wir haben Ward. Also wir werden das schon sehen. Der macht einen Bot-Ward irgendwo. Junge, das Pink-Bot wird der MVP. Oder so. Der hat Bot auf jeden Fall gewordert, ja, ja. Die haben mich nicht gesehen. Also, aber ich glaube, er hat gesehen, dass ich einen Golem bin. Dass die Rappers da sind. Ja, ja, genau. Ist Javi jetzt Bot-Side, denkst du? Ja, ja. Ich denke, er hat einfach Gromp genommen, oder so. Super schnell Bot-Side, Level 3. Dann habe ich Top-Side. Äh, Nami-Lusion-Move jetzt in vorn. Kann ich mit Top-Crab gehen? Ich glaube, Bot-Rain ist gar nicht so. Nein, 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 ich bin komplett falsch. Er ist schon? Der ist aber alleine. Ich bin, warte, ich kann Hoch-Sustain, aber ich bin einiges Spiel gerade. Also, Javi ist halt Bot-Side. Top-Crab? Kein, versuchst du pushen, ne? Bolivar kann schon mithaubern, ne? Okay. Nami ist missing. Nami ist missing. Okay, Nami ist missing. Okay, Nami ist weg. T-Board wahrscheinlich. Ich pushe, aber dann werde ich gank, oder? Gute game. Aber du kannst Top-Crab vielleicht spüren. Ja, ich habe... Also, ich kann mich vorstellen, dass der auf 3 ist. Ja, ja, ja. Ich denke, Top-Crab ist... Der macht jetzt Bot-Crab, denke ich. Naja. Da ist er, da ist er. Ihr crosset. Ich habe das Schrauben untereinander. Ich, ich distracte mich. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay. Er ist snared. Bot-Jungled. Okay, cool. Er kommt, eh? Ich, ich hab' kein Problem. Ich glaube, er wird's mouncing. Ich glaube, er wird sie gleich unfreezen. Ich gebe S. Ja, kann sein. Du, was kauft dich denn, N-Vison? Nice one. Sehr nice, Bröki. Double Longshot. Alright, let's go. Wir haben ein bisschen. Bisschen auch einfach. Ich habe jetzt keinen Mahler mehr für E-Grad. Dann gönn dir mir einen Passifit, wa? Ja, ich trau mich noch nicht so richtig. Let's go. Oh, der war... Mhm. Ganken? Wenn du einen Gunk schießt? Ich meine, wir könnten... Nein, nein, nein. Wir könnten das nehmen. Wir könnten das nehmen. Wir könnten, also... Actually, hat die TP? Ich weiß nicht, ob die TP das... Weil ich, ich laufe einfach. Ich sehe... Ich würde sagen, wir können jetzt gleich hier fighten. Ich habe Item Advents, okay? Okay, okay, okay. Willst du noch etwas sagen, was du vorhin gesagt hast über den Sofort? Das Kickman? Ne, wir sehen hier einfach, oder? Wir basen hier einfach. Ja, aber... Ich habe Shields. Also, wenn du das CC kriegst, gewinnen wir, by the way. Ja, ich schau mal. Mein E ist weg. Kein Ding, kein Ding. Wisst ihr, wie hart es gerade für mich war, das Miauen zu verkneifen nach dem First Blood? Oh, bitte. Kriegst du ein pinkes Headset? Ein paar. Ne, leider nicht. Ja, wenn wir jetzt irgendwann Botlane Prior haben, dann können wir vielleicht auf den Drakeno, maybe? At some point. I mean, die brauchen erstmal ein Reset. Und ich glaube... Wir sind auch nie stärker, also... Ja, ich glaube... Ich glaube, wir sind nie stärker. Agree. Also, ich könnte aber jetzt mitlähnen was machen. Ich habe jetzt ein Darkseal. Jetzt, wo es gibt Snowballs. Ich könnte noch in der Mitte was gucken. Ja? Warte mal. Wesen. Der Vision? Ach so, fuck. Sam's timing. Respektiert einfach. Ja. Ich kann da nicht nochmal kommen. Ja, ich kann auch auf dem Weg mitmachen. Nami ist auch. Äh, keine Sums. Oh nee, bitte nicht mein Ping. Keine Sums? Ja, keine Sums. Dann lass sie da nicht zu. Komm, komm, komm. Komm an hier. Kannst du dich nicht bullien, aber Jarmon ist gleich da, oder? Ja, ja. Wir müssen gleich raus. Ich glaube, der erste Dragon ist gone. Ja. So nach meinem Feeling. Ich habe ja einen Ward auch bekommen. Was passiert? Was passiert Toppen? Wir haben wahrscheinlich den Gegner rein, by the way. Ich kann Base und Botping kommen, ja. No Brio, no Brio, no Brio. Brücke ganz gut wieder abholen. Ich habe Angst. Wir holen den Pink weg, wir holen den Pink weg jetzt. Okay. Nein, wirklich nicht. Entschuldigung. Äh. Ne, noch haben sie den Pink nicht geholt. Also, ihr müsst aber aufpassen. Also Jarmon können schon da sein. Im Best Case im Wartel, bis ich da bin. Wir kaufen ja auch Boots. Ja, wir können CS droppen. Wir droppen einfach die CS. Ich habe der Bär, ja. Er hat Fragen gemacht. Ich bin jetzt. Ich schreien. Wobei, wir haben Ezreal Flash auch noch. Eigentlich sind wir... Ja, ja. Also, wenn ihr Flash ist, seid ihr fein. Ja. Auf jeden Fall mit Q-Farm. Ich hoffe, er ginkt, glaube ich. Weil jetzt können wir den killen. Bin ein bisschen um, aber... Du schönes reingedeutscht. Ja. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Sechs Sekunden auf Q-Farm. Ich hätte ein Pink Ward. Ja, setz ihn mal, setz ihn mal. Brückchen, lauf mal da rein, bitte. Ich trau... Ich kann doch nicht face-chuck'n. Er knockab nämlich, ich bin dead. Ja. Dann komm her. Setz ihn rein. Ja, ich dachte, dass Jarmon könnte da drin sein. Ja, dachte ich auch. Ah, die kleine Behinderte kannst du nicht ins Patient fahren, ne? Das ist so. Dreißigmal zusammen. Ich habe hier einen Kill, ihr nicht. Wer ist hier behindert? Ich face-cuts, ja? ATP. Hm, ich hab kein Flash. Ich bin ziemlich Gang-Cripper. Chiller einfach nur. Aber das ist old, ne? Nee, aber ich... Ich töte keinen von beiden old. Kannst du nicht Jarmon töten, Mann? In der Zeit? Ah, er kann... Obwohl, er hört mich erst chanken, bevor Jarmon in Reichweiter kommt. Oh, er bounced zu mir. Glaub ich, dass er mich diven kann. Alles gut. Okay, ich bin wieder um, leider. Du darfst, glaube ich... Du kannst... Du musst ja die Bubble theoretisch nur dodgen, ne? Also ich glaube, der Jarmon hat red gelockt. Meinst du, wir geben uns mit 2? Okay. Bitte, Mais? Ah, nie. Ja, sorry, aber ich mein... Mach den scheiß Auto-Hit so, dann komm zurück in mich rein. Was machst du davon? Ey, du warst davor schon tot. Ich hätte dich ja auch healen können, aber du warst einfach... Schild, ich bin ja vorgestimmt. Leute, la 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 la. Reicht, 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 reicht. Ich hab keine Pryo-F Italians. Die Frage war, ob wir den ganken können. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein? Nein, nicht. Bin auch. Geht Jarmon? Und wer kannst du auch einmal Leute? Vorsicht. Du musst rennen, du musst rennen. Du musst rennen, du musst rennen. Aber der wird noch lange nicht bei dir sein. Das ist Zeit. Hat den... Raptor fast. I mean... Wollen wir dann Harmon auch abgehen? Nee, den würde ich falten wollen. Wenn ich Jarmon ulten kann... Straight away. Ja sag wie du willst, ja ich hab auch ne Combo, so ein bisschen. Die Nami wird jetzt halt bei euch oben sein, ne? Dann ist die Giver. Dann ist die Giver. Dann ist die Giver, ja stimmt. Aber ich kann von hier mal schauen kurz, ne Combo. Und ich lauf jetzt nicht hin, es ist Point, dass die Nami da ist. Die Nami hat aber keinen Flash, doch. Wenn Nami da ist, fighten wir jetzt nicht, Leute. Ja, sie war da. Das sind... Die ganz coolen Nami? Die sind dann mit. Die sind dann mit. Die Jawa war kurz mit, aber jetzt kann er wieder weg sein. Mhm, okay base. Naja, ihn dropst du dich. Ich komm mit, man. Wie werde ich mehr wieder diven? Zwei? Nein, nein, kann ich nicht. Hast du dich snamen, Cumber? Nein, ich stehe noch an den Creep. Scheiße, man. Bei mir ist immer so... Hm. Ich hab Super für ihn. Ich hab Sterling, eins. Keine Stacks für dich irgendwo? Ja, ich will irgendwas machen, aber es passiert nichts. Ja, ich müsste eh haben. Kann wir für die Krabber gehen hier, guys? Ja. Bin auch. Die Bottin hat keine Flashes. Nami-Flash kommt aber gleich wieder. Ich move für Krabber. Mit der Bott. Hab ich schon, hab ich schon. Schau mal Bott. Ja, die sehen mich jetzt gerade auch in Vision. Der Javan ist hinten dran, aber noch nicht. Okay. Okay. Actually... Luschen, kein Dev, kein Dev. Nice. Nice. Good goal, Connie. Fast hier, mit der Busch, okay? We're killing bodies. Nein, du musst bitte... Nicht, dass wir mit Harrod den Turm nehmen. Achtung auf, dass er dich nicht... Ja, ja, ich flash, ich flash mit Javan kommt. Ja, ja. Ich gehe, safe life. Okay. Guck, wir sind noch TP hinter euch in Bott Lane. Oh, Vorsicht. Kein TP hinter euch jetzt, aber... Ich hab auch TP für Bott, ja. Me too. Aber wir sind fein, wir sind. Nami hat jetzt wieder Flash. Ich würde overstayen, wenn du nicht basen musst. Würde ich einfach overstayen. Wir wollen gleich Harrod in Bott, by the way. Ähm... Wollen wir das verzeihen? Wollen wir das verzeihen? Wir haben TP's. Ich könnte auch was sein, ja. Und wir kannst matchen, doch. Ey, hier wäre ein insanees TP geworden, ne? Lucien hat keinen Flash. Nami hat Lucien hat keinen Flash. Vorher hat vielleicht auch TP, ja. Lucien ist reingedasht. Lucien ist reingedasht. Ähm... Ich TP auch, du. Wenn die was forschen, bin ich da, aber die forschen nichts. Jetzt ist okay, ja. Ich hab super, ich hab super, ich hab super. Wollen wir auch reingehen? Ich TP, ich TP, ich TP, ich TP, ich TP, ich TP. Keine Q. Lucien, kein Flash, Lucien, kein Flash, Lucien, kein Flash. Ich TP auch, ich TP auch. Ori, TP, Ori, TP. Ein Leben hinten, beide kein Flash. Kein Rotmache, kein Rotmache, kein Rotmache. Wenn die rausgeht, ist das schon fine, by the way. Okay, 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 Oister, Oister. Ich sow, ich sow. Ihr müsst nichts machen, ihr müsst nichts mehr machen. Das ist super gut. Ich hab kein Mana mehr für Ult und kein Mana für E. Ich geh mit, ey. Du bist fine, ne? Ja, das war echt Gewürf. Ja, ich hab den Jive auch. Ja, der hat ignited. Er hat auch geflasht, ne? Also der Jarrah. Rake ist wieder da, ja? Ich kann mit die Formel auch kommen, if you want. Ich muss Valve catchen, ne? Ja, 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 ja. Ich werde Valve catchen, gehen. Aber ich kann ihn nicht halten davon ab. Warte, 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 warte. Ja? Ihr habt keinen Flash, ihr habt keinen Flash. Ähm. Ich glaube, ob Oriana raufflaschen soll. Ich werde resanen, Leute. Luchte in der Mitte. Oh, Gott, man. Kann ich noch? Luchten ist Mitte. Und Jarrah macht Vale. Nur vor der Bellen. Oh, das ist One-Shot. Ach. Du hast ihn bitte Leidjeck. Ich hab keinen Mana mehr. Ich hab den einfach gemacht, der Volibear. Hm. Ich kann jetzt nochmal von oben nach unten cleanern, Kindly. Ja, ja. Warte, warte, warte. Warte doch keinen Flash mehr. Ich glaube, kann ich auch mir bleiben? Äh, ja. Ab jetzt kann ich eigentlich zu dir kommen. Ja, komm. Ich habe aber noch keinen Ult. Ich würde erstmal Volt dran. Weil ich kann mir Top-Lay-Lay machen. Der wird versuchen, die Wave rauszupushen. Wenn ihr beide da seid. Ja. Weil der hat noch Flash. Der hat keine Ult. Ich hab Loads. Ich bin ziemlich fett. Hat, äh, die Dings hat die TP, die Ori. Die, die ist gelaufen. Die muss dann TP sofort irgendwo haben. Wenn wir es trotzdem machen, das Plan. Ist immer eine rechte, nutzlose Seele, ja. Wenn er für die Wave hinten geht. Harald bot. Ich werde den unten verteidigen, ne? Ah, nehm die Wave bitte. Ich geh bot. Ja, okay, okay. Okay, okay. So. So, Romans. Ja, ja, ja. Ich helf dir. Ich helf dir. Ich helf dir. Okay, ich steck meine Wave. Du kannst vielleicht ein Bait machen oder so. Dann mach ich Combo. Vielleicht stehst du hier oben. Okay. Wenn ich für den zweiten tippe. Ich hab pink, ich hab pink, ich hab pink. Okay, okay. Komm runter. 25 auf meine Ulti. Der Lucian hat wieder Flash. Okay. Was sind da auch nicht schon? Okay, def. What the fuck. Ja. Back müssen wir gehen. Ja. Safe. Nice, good job. Es ist nur Jungle und mit Flash gerade da. Bei dem wir hier holen? Nein. Und Nami. Und Nami auch? Ja, Nami ist geflasht. Ja, Nami ist geflasht. Oh, Nami ist geflasht. Oh, Nami ist geflasht, ja. Weiß nicht, wie weff es ist, wenn wir die da unten kennen. Oh, Nami ist auch Blue, denk mit Jungle. Glaubst du mich nicht mehr, Karne? Ich glaub, das ist okay so, oder nicht? Ja, ist es. Quatsch, das Local Gold, der meint da unten. Und ich mein, Solo-EP ist hier auch. Nice, perfekt. Ich hätt noch einen Pink-Word irgendwo. Die sind da beide da, ja. Wir können vielleicht trap Link. Kann man rein hier? Ja, von der Zirk kommt. Von Blue. Von der Zirk kommt. Von der Zirk kommt. Ich glaub mal mit E. Nami ist auch ein bisschen. Wollen wir ein Borderland-Play machen? Ja, die B ist von Top-Ländern. Von Nami, 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 Nami. Nami, bitte. Nami ist hier. Also, entweder wenn du schon einer ist, oder wenn Nami nicht hier lang geht, irgendwo. Okay. Dann mein, ich steig noch eine Wave, dann? Aber wir wissen es nicht, wo die sind, oder? Nö, aber ich würd jetzt drauf. Ich hab in vier Sekunden wieder zuhören. Okay. Die haben auf jeden Fall Angst, irgendwo. Ich move, ich move, ich move. W-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w. Dann Ja, aber okay, fighten das meine ich. Ah, ich hab actually jetzt schon Shirelias. Ich bin so strong. Komm, 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 komm. Wollen die Harald fighten? Äh, Harald? Weiß ich noch nicht. Aber also... Blue oder so, denk ich schon. Die Nami ist auf der left-side left. Die können uns zum Blue gesnackt haben, ja? Vorsicht. Haben sie nichts? Ja. Ja, aber Nami ist da, ja? Wir können auf Harald immer sein. Ja, auf jeden Fall Vision. Mal da? Okay, Nami, Nami. Ich muss stoppen. Wunderbar kann da sein, Leute. Das ist ein Pink. Odi ist auch da. Lässt du mich rare on? Nee. Okay. Ich bin noch keine Ulti. Einfach ruhig sein. Okay. Oder du. Ey, Wildcrap ist da, oder? Hm? Wildcrap ist ab. Ja. Ich push dann. Nami ist Mitte wieder. Aber ich kann die Rage. Gibt's One-Shots. Die Nami hat keine Ulti. Die Recall. Ich würde das selber nochmal auf den Luft machen, oder? Dizzle ist hier und der hat, glaub ich, auch Dock auf mich. Die müssen auch, dass ich hier bin, ja. Wieso? Ähm. Ich würde die nicht kommen. Mhm. Ult in 30. Ah, die B is für 50. Weißt du, wir haben keine Ulti. Wir haben keine Ulti. Los, los, los. Ich würde schon einfach warten nochmal auf die Ulti. Dann können wir das Plan auch machen. Ja. Das ist halt schon deren, deren Soulpoint dann, ne? Also wir sollten... Ja, ist egal. Ist egal, ist egal. Ist egal. Absolut, wir gewinnen den Fall. Also oder verlinnen, hast du nicht. Wenn jemand ne gute Teamfight kommt, aber wenn wir die catchen, ist das Beste. Hm? Äh, ich base schon ab. Wird er. Ja. 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 Wenn wir jetzt zusammen entern können, dann habe ich die Jokes jedes Mal mit einer E. Die Flashes von denen kommen halt gleich wieder ab. Hast du ein Spreiber? Ziemlich gute DP-Boards tatsächlich. Hast du ein Spreiber? Ne, 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 ne. Ich hab neuer Pink. Ich hab neuer Pink. Also das ist schwieriger Version. Ich hab auch kein Spreiber. Lass mich mal hier rein warden vielleicht. Also wir haben hier... Also wir können den warden. Pink, pink, pink. Hier ist ein Pink, hier ist ein Pink. Noch einen? Ja. Die Boardwave, die müssen wir danach nehmen, ja? Wurde wer kann ungefähr hier sein. Der Drake ward ist geblinkt jetzt. Der Drake ward ist geblinkt jetzt. Wollte wir fighten? Wenn wir uns reinlaufen, hab ich nicht duld. Ich will Jabba holen. Ich könnte reinflashen mit Yumi. Wo schon das Bein Ding? Einfach was Jokes. Chunken? Nice. Ah, ich spiel Drake hat eigentlich. 3-3 für E. 3-4 E. Wir können immer noch rein. Ja. Wir wollen wahrscheinlich nur zwei Leute. Zwei Leute bleiben Midlane. Die wollen Harrod vielleicht beschwören. Neverminds. Okay, okay. Die kommen da nicht rein. Ich weiß ja was schnell machen. Ihr könnt alle Mitte. Ja, lass mitgehen. Ich bin nicht Harrod. Kann ich die Boardwave nehmen? Wo ist hier im Choke? Dann bist du Mitte defenden. Die sollten fighten gleich. Die haben wir noch Holds, ne? Naja, ich muss das Jabba nur flaschen oder so. Aber wir können nicht hier nach dem Ball. Der Ball ist zu gefährdet. Wir machen so Normalzone, ne? Können wir da zunuchen und gehen auf den Ball? Einfach fahren? Okay, hold die farm, hold die farm. Nein Leute. Na shit. Maybe gewinnen. Nimm doch irgendwas, wenn ihr chasing kannst. Ich hab Q. Auf Nami. Hab sie's load? Hab sie's load? Ja, ich komm nicht an sie ran. Alles zur Q? Fünf erst. Vier. Nimm deine Campster. Nimm deine Campster. Nimm deine Campster. Start on. Wenn ich auf die Uri schaffe zu holten, ja. Dann ist sie da tot. Komm ich will jetzt was. Da ist die Flag. Äh, Botland ist ne Wave. Ja. Die ist bei uns jetzt, ja. Wir können den Taus übernehmen, ne ganz, oder? Ja, I guess so. Ich hätte mir den Dragon Ball niemals machen sollen, ne? Naja. Naja, nicht für zwei Tarots. Naja. Look. Maybe Lucien? Ja, Moment. Aber es war nichts passiert. Wenn er und ich einfach mittebleiben unterm Turm, ist das glaube ich fein. Wir sind noch fein. Fox next way. Brauchen wir Anti-Heal? Ja, oder? Ich hab Anti-Heal. Ich hab Ult in 10. Äh. Ich hab Ult in 10. Huluk, Huluk, Huluk. Jarvan ist in Out of Position. Wir sollten reingehen. Ja, wir bräuchten. Warte, warte. Ich bloße stecke. Dann nehm dir ein Ult, der ankommt. Dann kommt der Full-Name. Okay. Dann kommt der raus einmal. Ja. Ich bin auch drin, Init. Ja. Was ist der hier an der Seite? Ich hab hier einen Jarvan, Leute. Ich hab jetzt zwei Leute. Jo, Oriana schockt uns raus. Full-Label kommt auch. Full-Label, rechts, rechts, rechts. So, ohne. Ich kann nicht wirklich mehr fighten. Ich hab nur noch ein E raus. Nice. Nice one. Wenn wir den kiten, ich kann nicht. Ich hab den keinen mehr. Nee, nee, nee. Der Heals ist nehmenge, der Heals ist nehmenge. Ah, ist nicht gut, ist gut. Die Karriels kommen. Wir haben keinen Damage dafür, denke ich. Die Bot-Wave ist auch scheiße. Ja, ich hab eine Ulti verloren am Blue-Buff. Scheiße. Wenn das Final Cut ist, ja. Ich hab Navi schon. Ich glaube, der Fight ist okay, oder nicht? Äh, ich müsste cold-spacen, glaube ich. Ja, aber ich hatte drei Free-Waves am Bot. Aber war okay. Ich hole noch schneller zwei Waves, dann hab ich Horizon. Ey, ich werd Pugify'er gehen. Also mehr Antipel brauchen wir nicht. Aber ich glaub, ich sollte schon gehen, ja. Und jetzt sind wir auch im Nash-Area fighten können mit unserem Jungler. Das sind 10. Argonin, bastest du nach dem Camp? Ja. War wild. Nash-A-Repupples kommt. Die kommen da nicht durch. Ja, genau. Wenn wir Nash-Ater parten und Argonin können auch alle Wände abusen mit Yumi. Der Dream eigentlich. Ich will vielleicht board-line eventually, aber kommen wir erstmal nicht mit weg durch. Ich geh top dann, ja? Ja, ja. Auf jeden Fall. Du holst die Blue-Buff und gehst top-side. Eigentlich will ich auch zum Nash-Area dazukommen. Mag ich den Blue-Fail für dich, Argonin? Nee, ich mach den. Ich kann jetzt nichts mit mit raus. Ich bin keiner Justus hier. Ich bin nur Deko. Ich bin von Deko. Ich kann jetzt irgendwas auf Oriana-Force oder so. 100 Gold und auf Trinity. Hä? Eigentlich wollte ich den. Alles okay. Ich hab gefragt. Nein, nein, nein. 100 Gold. Nach der Wave hab ich Trinity und Manamune. Also ich bin mega-strong dann. Ja, dann... Du kannst nicht top-line. Also du musst aufpassen, top-line. Dann geh ich einfach bot dein Netz. In aller Ruhe. Wenn die Nash-Force sind, kann Brück die Rechereitipin. Ich glaube, Lux ist tot, oder? Ja, was? Nein. Okay. Aber du ticke es für Nash. Aber... Darf ich hier basen mit, meinte? Glaube ich schon. Ich hab noch einen Laser. Ich hab noch einen Laser. Ich hab noch einen Laser. Also wenn die es nicht sehen, ist das okay. Also wenn die es nicht sehen, ist das okay. Ja, aber wir machen dir keinen Play erstmal. Wartet erstmal auf Brück die und das wartet auf meine Person. Ja, die machen einen Play auf uns. Aber die machen einen Play. Ne, die machen keinen Play. Braucht die mich? Kann mich bitte anderen nicht brauchen, dann ticke ich jetzt rein. Ja, ja. Es war End einfach mal. Also er hat auch nichts benutzt, aber... Na, mehr hat ulted. Actually, Na, mehr hat ulted. Wollen wir uns trotzdem anbieten, ne? Wenn Lucian Talk nimmt. Macht aber nicht. Für mich, wir kriegen zwei, drei Camps. Okay. Für mich, aber... Mitholen, ne? Lass mich mal hier über die Wand wohnen, Lütt. Ich hab keinen Flash, ja. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Air Volley? Nein, oder? Na, wahrscheinlich noch. Ciao, wenn es gerade gebasen. Ciao, wenn es gerade gebasen. Hm. Ich dachte, Nami hat keine Ruhe. Ich würde Action... Naja, das können wir nicht. Oder Resetten vor dem Drag. Unglaublich, durch mitlein. Durch mit euch. Ihr seid alle hier gerade. Du bist jetzt ziemlich stark. Ich glaube sogar, dass ich fast besser auf Brücke wäre. Ja, ja. Geh mal kurz auf ihn. Ich war gerade am Resetten. Ich hab auch TP. Also das Ding ist halt, du kriegst nur 3 Ulti durch, wenn ich jemanden ulte, ne? Ja, ja. Das stimmt wohl. Laufendes Mitte, guys. Das ist ein bisschen mehr wert. Mal gucken. Ja, perfekt. Wenn die in Gage TP, ich mitle. Wenn die TP, die TP. Ja, das ist fein. Ich hab ne Pflanze. Was hierbleiben, was hierbleiben. Die haben keine gute Wave. Ja, ja. Die haben Info auf mich in Midlane, ne? Denk dran. Ja. Ich hab kein Wort mehr. Ich glaube, ich hab mit euch nach vorne. Wir haben TP'ed Wardschatz. Nice. Wait, ich glaube, da können wir rein, oder? Kannst du auf mich? Kurz. Ja, ich flashe da rein, Leute. Ich hab auf jeden Fall die Yami. Ja, die Nami. Versuch, Jabern zu finden. Dort. Dort. Da haben wir das... Maybe die Wards klären. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Ich weiß nicht, ob wir den danach noch können. Nein, ich glaube, jetzt machen wir keinen Nash-Mal. Aber wir hätten einfach beide... Wir machen einfach keinen Nash-Mal, ja. Hast du den? Machen wir Mithrin mit schneller. Das ist gut für Nash-Er, doch nicht. Das ist gut für Nash-Er, doch nicht. Dort geflasht. Im Death Braum ist mein Flash. Aber ich hab keinen Bock, die Wards zu hinter. Ja, das war tatsächlich insane. So müssen wir das machen können. Ja, das war wirklich gut von dir. Das war richtig nice. Das sind alle gesnared. Das einzige Problem ist... Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Aber jemand hat die Nami gekillt, bevor ich raus war. Das killt mich tatsächlich fast. Das ist meine Old. Ich hab einfach nur... Das ist ja auch... Leute, Bully hat kein TP. Das heißt, wir können easy für Nash-Set spielen. Wir haben TPed Wards auf mir, okay? Ich hab Huge-Eisem-Spiked nochmal in den Base. Ich hab jetzt schon einen kompletten QG-Fire. Also, vor dem nächsten Fight muss ich basen. Ich will so jeden Team-Bash mit bei dir. Einfach Java-Node nachdem er geholtet hat. Rookie? Ja. Nein, ich wollte dich nicht flamen. Kommt raus. Ihr seid overstated, ne? Ja, da-da-da-da wollte ich hinaus. Da-da wollte ich hinaus. Wir könnten auch theoretisch Nash-Sport-Sport. Ich glaub, die müssen eigentlich Nash-Force noch mal. Ja, ist ja okay. Base. Ich hab ne B, ja. I mean... Könnt schon gone sein, oder nicht? Sind die auf Nash? Die da sind. Die haben gerade Blue gebroot. Wir haben alle Stopwatch und... Die, die hab ich keinen. Nein, haben wir Bot-Site. Aber vielleicht machen wir einen Kurs. Den K? Oder kein TP. Nein, 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 nein. Die mal. Ich hab alle deren Bot-Sites-Games bekommen, badeu. Auf einer Wave oder so. I don't know. Oh, stehen wir mit? Äh, ich geh zur Agorin. Schwierig. Oh, oh, oh. Gebt Rücken muss jetzt Wassen. Das war... Gebt Rücken, gebt Rücken, gebt Rücken. Ich hab noch die B, warte. Ach, beim Crapper. Oh, okay. Nehmen wir den Falscher-Betrall. Vielleicht jetzt Ultenwahlne. Nein, ist okay. Ist nur B, ist nur B, ist nur B. Okay, ich hab Betrolt. Ah, das ist gut. Die müssen quasi jetzt Nash-Forcen. Aber ich muss irgendwo vormen, aber ja. Wir scheeren vormen, bitte. Sondern... Ja, du bist komplett fein, Crapper. Ja. Aber ich will nicht... Ich will auch B sein. Die machen Nash, Leute. Ja, ich lauf jetzt auf. Also, sie werden Nash'n. Go drink it. Weint kein Nash. Wollen trappen oder so. Trappen, ja. Kannst du rein in die Wand? Kannst du rein in die Wand? Lass mich kurz in die Wand. Lass mich kurz in die Wand. Dann seh ich das. Geil. Ich werd hier pinken. Ich geh auch. Mid-Wave, mid-Wave. Holma, holma. Wir sind nicht am Nash. Will den Mitteln hier nehmen? Ne, wir haben es Mitteln. Wir nehmen mal die Wads. Aber wir können trotzdem mit euch spielen, oder nicht? Jetzt gleich, ja. Ja, pullback in 2. Ja, 2, 2, 2, jetzt. Bitte lieber die Wads nehmen, Leute. Die Wads sind alle für. Ja, kannst du ja machen. Und auch gerne wieder Botlane gehen. Wenn ihr euch nicht engage'n können. Ich hab, wie gesagt, die Peed Wartage. Äh, hier wär noch ein Pickboard. Weil ich nehm kurz einmal die Wave. Ich renne jetzt Botlane und ich schreib mich an, wenn sie euch falten, die Peed rein. Ich mach's ja nicht. 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 Ich brauch's. Ja, aber ich mein, also wir sind... War nicht das so bei euch. Ich glaub, wir gehen einfach für den Dash-Steel. Ja, ja, ich kann auch rein T-P und Java noten. Ich kann rein T-P und Java noten. Ich kann rein T-P, wenn ich mich Schock wegfindebubbeln, dann sonderst ich das. Ich hab noch ein Pink Watch. Ein bisschen Poken kannst. Ähm, Crepo. 1,5k, ok? T-P, ich T-P. Wenn die auf mich turnen, dann ult ich jemanden. 1,5k. Lass stehen, Leute. Wir haben keine Fall. Wir können das Riesestehen. Wenn die Ego-Waste wohnen, ist das okay für mich, ja? Schon eine Bock. Nice. Richtig, schon eine Bobo. Ja, das meine ich. Guck. Laser? No. Hilfe, Hilfe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich hätte niemals eingehen sollen. Vielleicht könnt ihr das so machen. Ja, ich bin noch nicht. Muss ich dp für Mara? Nein, nein, nein. Wir haben 20 Sekunden Zeit. Das ist easy. Lass mich danken. Das macht so viel Spaß. Ja, natürlich. Gibt es kein meines Leben. Das war wirklich so viel Fun. Es ist nice im Moment. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht warten sollte. Je nachdem, ob du vielleicht richtig fährst. Weil ihr seid sowieso so langsam. Ja, wir warten auf dich. Ich guck auf, wo ich tp. Warten wir, weil ich könnte aufs easy cycle kommen. Ja, ja, natürlich. 5 Sekunden. Ich lass meine Fester auslaufen. Ja, ja. Ich glaube, das ist fast. Ja, fast. Hol ich mir jetzt einen Majais? Ich meine, jetzt ist Gold und ich hab 10 Stacks. Ja, ja, ja. Die Frage ist, wir spielen für Dragon? Ich denke, wir spielen für nur Teamfight. Irgendwo. Ist egal wo. Ich bin komplett OP, wenn Jarvan reingeht. Ich kann einfach ulten und ihn töten. Die Uri hat immer noch keine Stopwatch. Ich hab gerne den Blumen hoch. Ah, gut, dann komm mal rum. Wollen wir mal auf. Dann endlich mit den Turm nehmen, wie Crabro gesagt hat. Ein bisschen poken und cg. Ja, die sind lost. Die sind in 2 short range. Die Uri war unten. Ich push botlane durch. Ja, das ist besser, wenn du es hattest. Viel besser als ich, ja. Ich weiß halt nicht, ob die... Ich kann auch Brück in my cover gehen, weil es du warst. Nee, ich denke, ich sollte dann bei Brückes sitzen, oder? Ja, aber es ist ja zu spät. Aber Drake ist 31. Wir nehmen die auf den E3. Ich lass die Top Wave dann so, ja. Oder das ist eine Menge Wave. Lass sie so, komm mitlane. Okay, okay, aber dann tp early. Ist das niemand bot? Wir könnten hier 2 bot spielen. Mit Turm ist gone off next way. Ja, okay, kann einmal runterkommen. Ja, Oriana hoffert hier, Crapper. Oriana hoffert hier, du musst da aufpassen. Ja, ruhig, du kannst den Turm nehmen, by the way. Unten. Ich nehm den Dragon, okay? Ja, okay. Der Turm ist ein HP. Die ernte mich, die ernte mich. Ich tp jetzt mit den Wiff-Hosen. Oh, das ist Greedy. Aber Action? Jetzt steht den Stopp, den Stopp. Ja, ich dachte, du bist hier, weißt du. Nein, nein, nein. Wenn die da Java nolten, dann kann ich vielleicht. Erfangen, glaube ich, mit dazu, oder? Nice! Ein HP. Ich glaube ich. Lass mich mal hier über die Wand fahren, bitte. Ich auch. Wir müssen eher grün ein bisschen hoch gehen, Jungs. Ich mach Dragon, Leute. Ich mach Dragon. Nice. Shield, du. Rein ist rein. Beim Drag. Und Meteor Stacks. Jetzt Vorsicht für den Ori Ball, ja? Der hat keine Ult, no? Der hat keine Ult, jetzt. Der hat keine Ult. Gute Botback, jetzt ziehen wir weiter. Ja, Lays in 5, Lays in 5, Lays in 5, Lays in 5. Der hat sich QSS gekauft, der Down, by the way. Ja, wir haben zwei Candy Minutes. Lass uns einfach ein bisschen arbeiten hier. Dieser Wave? Noch eine Minute. Ich zon, ich zon Ricks. Wir haben noch einen Candy Minutes. Drei Candy Minutes. Den Tum kriegen wir so. Ich hab auch noch Ult, ne? Pass auf, wegen Creep hinter uns, Leute. Ich ult ihn, ich ult ihn. Shield. Pull. DP Recorder. Ich bin einfach so gut. Ich bin einfach so gut. Wir enden einfach. Du bist auch süß. Der zweite. Der zweite. Wir sollten auch bei Yumi spielen. Ich glaube auch, das ist unser Champion. Maybe, ja. Wo ist das Enden? Da kann ich weniger Enden. Actually, dein Lux ist auch fucking clean, Kripo. Ja, Kripo. Aber mit Season 2 Champ? Schwierig, ja? Finale ist Funkeln. Aber, aber, haha. Die, die Dashes, die Mechanics und so, die sind nicht so cool. Season 11 Abusers. Noch ein Kill hier. Noch eine Regel. Der P in eins. Okay, lass werden. Nein, das sind nichts. Hä? Was machst du, Tollpin? Ich geb eine Privataufführung. GG! Die Losings Trigger ist gebrochen. Nice, Leute. We won. Du rettest den Enden, den du nie warst. Na ehrlich. Hey, GG, Leute, ne? Äh, endlich hab ich's nicht geintet. Holy shit. Ja, same. Ich hab's versucht. Aber... Alter. Ich hab entire enemy team outdamaged. Ich hab's so getrollt, actually. Ich hab's auch so getrollt, am ehrlich. Aber der Match-Up ist so terrible. Das war eine illegale Draft. Ah, die Support-Mains wieder deathless. What can we say? Just superior players. Die waren echt durable als Kayn. Tatsächlich. Mit Yuumi, ja. True. Ja. Ja. Egal. Egal. Einfach den Norway-For-You-Serm machen. Und dann scheiß auf Stats oder Gameplay. Einfach Damage zeigen. Einfach Damage. Damage. Das ist Trademark von Norway. Okay. Kann mal sein, die Leute von der Prime-League-Cast und mich. Komm. Ähm. Stimmt, der Stream läuft ja noch, ne? Den hast du für ein Interview eingetragen? Uh. Ja. Ich nicht. Du warst ja immer noch nicht bisher. Ja. Ja. Gut. Dann machen wir halt mal eben. Ähm. Brücki, warte. Brücki, Brücki, Brücki. Kannst du bitte noch kurz fürs YouTube-Video abmoderieren? Ja. Ja, bitte. Danke. Mach das mal bitte. Ja, mach mal. So, liebe Leute. Das war ein Win. Ohne unseren Gottkönig haben wir es trotzdem geschafft, einen Win gegen Eintracht Frankfurt zu erreichen. Ich bin sehr stolz und sehr froh, dass wir das hingekriegt haben. 45 Win in der Prime-League. Und folgt uns weiter, wenn ihr die Abenteuer von NNO weiterhin verfolgen wollt. Lasst ein Abo da. Kuss auf die Nuss. Tschüss. Tschüss. Ich hab's gemein zu sagen, dass 45 is what the hell? Voll der Distrikt an Körper. Also wegen mir selbst. Ah. Achso. Das kommt mit noch rein in den Schnitt, ja. Ihr habt die zwei Game-Entscheinen-Fights ohne mich gespielt, weil ich vorher schon gestorben bin. Aber du hast ja Oriote da rausgenommen. Ja, stimmt. Du hast Platz für mich kreiert. Ja, oder Flash-Lusion hab ich zum Beispiel auch gezogen. Das sind halt die Wichtigen cool aus, ne? Findest du gut? Also, warst du alleine mit? Wird 1 gegen 4 engaged? Ja, hey. Die engagen mich einfach. Brauchst du Hilfe? Ja. Hätte ich gebraucht. War nice, Leute. Danke für das Game. Schönen Abend. Tschüss. 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 Macht's gut. Ich bin jetzt offline. Ich hab leider nicht geschafft, mir was zu essen zu machen. Also mach ich mir jetzt was zu essen und dann bin ich in so einer halben Stunde wieder online. Oder in 40 Minuten. Sonne im Dreh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Endlich mal wieder ein Win. War ein geiles Game. Mordekaiser gegen Wulliver. Absolut illegaler Blind-Pick. Unplay beim Match-Up. Wulliver kannst du noch viel härter abusen. Wave-Stacken. Nicht Diven mit Jarvern. Alles das nicht passiert, hatten wir Glück. Haben wir im Endeffekt outscaled. Beziehungsweise besser geteamfightet. Argon hat da eine Menge Verantwortung immer noch um reinzudaschen mit Yuumi. War echt nice von ihm. Mein Follow-Up-Damage war dann auch nice, aber ist nur eine sekundäre Verantwortung. Also, be right back fast. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Ciao, ciao.